Prominent durch Webinare? Ob ich wirklich prominent durch Webinare werde, weiß ich nicht. Das liegt auch ein Stück weit in Ihrer Hand. Jedenfalls wünscht sich ein großer Teil unserer aktiven Leserschaft, unserer aktiven Zuhörer und auch Zuschauerschaft, dass ergänzend zum Spezialportal Webinare angeboten werden. Jedenfalls ergab das eine Umfrage unter unseren Fans. Falls Sie jetzt keine E-Mail zu der Umfrage bekommen haben, dann melden Sie sich doch ganz einfach an. Das ist recht einfach unter www.deutscheskonto.org.de. Dann können Sie zukünftig auch an den Umfragen teilnehmen und sozusagen etwas Einfluss haben auf die Weiterentwicklung von unserem Spezialportal. Zurück zu den Webinaren. Die Umfrage ergab, dass sich die meisten für das erste Thema entschieden haben mit DKB. Und so lautet das erste Webinar auch die Geheimnisse erfolgreicher DKB-Kunden. Gerne können Sie auch etwas Einfluss auf dieses Webinar nehmen, und zwar indem Sie Fragen zum Thema posten. Ich werde im Laufe des Webinars wahrscheinlich auch viele Fragen eingehen können. Den Link dazu finden Sie direkt unter diesem Videoclip. Da gibt es ein Formular, wo man dann eintragen kann, halt zu den Inhalten von dem Webinar. So, ja, im besten Fall werde ich die Fragen schon im Webinar beantworten können. Und da das ja ein Arrangement ist, was über das Übliche hinausgeht, was man bei YouTube gewohnt ist, werde ich ein Buch verlösen, und zwar dieses Buch The Big Five for Life. Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich dieses Buch schon häufiger verlost habe, weil es selbst mir recht gut gefallen hat. Also unter jedem, der halt über den Link daran teilnimmt und quasi etwas zum Inhalt beiträgt von dem ersten Webinar, nimmt automatisch an der Verlosung teil. Und verlost wird dieses Buch natürlich im Webinar. So ist es quasi alles live. Das ist das erste Webinar. Es wird nicht das einzige bleiben, wie sich das jetzt schon abzeichnet. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten über unsere Webinare, gehen Sie auch über den zweiten Link, der bei YouTube jetzt in diesem Infofeld ist. Dort können Sie sich allgemein für unsere Webinare anmelden, sind quasi in dem E-Mail-Verteiler Webinare drin, und werden da immer eingeladen, wenn wieder ein neues, spannendes Thema anliegt, beziehungsweise Sie können dann selber entscheiden, ob das Thema für Sie spannend genug ist, am Webinar teilzunehmen. Noch Fragen zu unseren Webinaren, Ideen, Vorschlägen? Ebenso nutzen Sie das Kommentarfeld. Und zum Abschluss eine persönliche Sache. Für mich ist das ganz neu. Das ist das erste Webinar. Von daher bitte ich Sie auch ein bisschen um Hilfe und Unterstützung, dass das für alle ein lohnenswertes Online-Event wird. Vielen Dank, und wenn Sie mögen, sehen wir uns bald nicht nur auf dem YouTube-Kanal, sondern können quasi, ja sogar ein Stück weit interaktiv uns im Webinarraum treffen. Also, bis dann, bis bald!